und let's go let's go 2 level machen wir voll survival of the fittest let's go oh god jetzt mache ich hier doch noch weiter oh das ist crazy das ist ich werde es vielleicht bereuen aber naja ich muss das ich muss das ich muss das ja was wie lange muss ich dann hier überleben ich will es eigentlich nicht ich musste eigentlich hier ein käfer ja genau zum schießen das ist einfach viel zu viel los hier darf ich endlich mal ein panzer kicken dankeschön damit ich auch mal die 3d bekomme ja und ich glaube jetzt ist es in ordnung ja jetzt ist es in ordnung ok das wollte ich die ganze zeit ich wollte die ganze zeit den panzer kicken und jetzt jetzt passt es tatsächlich ok das ist das level panzer kicken und du hast gewonnen ich glaube ich muss oh nein wo ist der panzer hin was ist mit dem panzer passiert oh mein gott ok lehrer pilz 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 das ist langweilig das level nee das ist schade aber ja es hat wahrscheinlich wirklich noch 20 sekunden durchhalten müssen aber nee das machen wir nicht nochmal machen wir lieber das hier nicht getroffen werden ok ich möchte kein power up einsammeln oh mein gott wir brauchen den dreier wobei brauchen wir nicht wir haben ja genug zeit das ist kein speedrun hier was will der trump hier der will dass ich über die drei feuerblumen springe nee nee das kann er nicht ernst mal da kann ich das irgendwie schießen oha oha warum klappt das nie wenn ich bin dann schaffeln da sind warum klappt das nur bei feuerblumen naja das verstehe ich nicht das verstehe ich wirklich nicht oh 1,26 ok das ist nicht das das ist nicht alles das teile screenlevel das wird ein kleiner teil gewesen sein perfekt ich kann mir eigentlich die drei leben holen richtig hier vielleicht nicht ich mach das mal so ok ich darf den propeller nicht einsammeln aber ich muss klein sein ach leck mich ok ich glaube ich darf den propeller nicht einsammeln ja weil mit dem propeller geht der trick nämlich nicht mit dem wo man sich da durchschieben können ok nice aber vielleicht wird der trick sogar verlangt weil ich hier klein werden können naja gut ah ja ok ein leben das ist das dritte dem kriecher vom ziel das sollte in ordnung gehen oh mein gott oh mein gott das passt doch nicht ach man und es gibt kein checkpoint und jetzt hier nicht zu hoch springen ja das ist quatsch das kann man nicht so bauen ey das hat er nicht gut getestet und ja deswegen kann man ja auch mal ein checkpoint einbauen wenn es schon nicht so gut gebaut ist aber naja da kommt nicht jeder crater drauf und wir machen es cool mit der strut ach ach ok ach 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 oh mein gott kann ich eigentlich nochmal zurück ja ok theoretisch kann ich zurück aber ich muss nicht zurück jawohl na gut das ist so geil das erste mal wo ich es geschafft habe das hat so lange gedauert jetzt geht es eigentlich ja in unter 30 sekunden ja 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 blind jump blind jump oh mein gott ok warum diese blind jumps ey doch in mario maker 3 kann man so einen bauführerschein machen den man abschließen muss bevor man bevor man ein level hochlädt und sowas drinsteht wie jo blind jump sollte man vermeiden holz sollte man vermeiden aber das wäre witzig und 90 prozent würden erstmal durchfallen ich hasse diese stelle hast du diese stelle hast du diese stelle ok hier sind piranenpflanzen ich mag die nicht äh joshi hallo äh jo ok ok eventuell reicht's noch eventuell reicht's noch ok vier sekunden ja ok drei leben nice bouncy spikes von miso äh 34 sekunden das klingt doch gut und wir können hier theoretisch leben fahren und da ich das so selten mache in dieser kombination mache ich das einfach mal war ja gut ist doch ein bisschen einfacher als ich dachte wow ok nicht 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 abrutschen luigi das wäre cool ähm ok hoffe es sind keine unsichtbaren blöcke das wäre stark äh ok da ist ein block kein hundertprozentiger pleinjob sehr gut das ist doch schon löblich Backpoint ist auch löblich ok jetzt muss ja eigentlich muss ja eigentlich schon das ziel fast kommen ne 34 sekunden hab jetzt nicht wirklich langsam gespielt ich denke mal dieser abschnitt fehlt noch und man kann hier nicht rutschen ok ok ja hier ist das ziel sehr gut oder auch nur nicht äh oh mein gott hat der ein fallschirm oder nicht ok ja und jetzt oh mein gott oh nein ok doch ok 99 würzen 3 leben sehr geil haben wir alle coins und da war ich ja das ziel äh alle coins ok das ist ne ansage die mir gefällt da da so hey es müsste das ziel eigentlich auch communication ok Sehr gut. Ich will eigentlich nicht zu viele Sachen immer aufschieben. Aber gut. Egal. Ich bin jetzt hier live. Oh mein Gott, okay. Das ist auch ein schneller Clear. Ja, und willkommen zurück. Willkommen an alle, die da sind. Heute machen wir tatsächlich 200 Level oder sogar noch mehr. Mal gucken. Oh mein Gott. Aber ich fühle mich tatsächlich fit noch. Oder ja. Weil wenn ich jetzt sage, Sonntagabend, das wird halt nichts. Ist das in Ordnung? Okay, ich weiß nicht, ob ich groß sein muss. Was? Wer will, dass man hier klein wird? Ernsthaft? Warum gibt er mir den Pils? Ach, come on. Warum? Okay, vielleicht schaffe ich es doch noch. Oh nee, das Level habe ich bei Raphael mal gesehen. Kenn ich das Level. Das, nee, nee, habe ich nicht gesehen. Nee, 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 das war doch nicht das gleiche Level. Das war doch ein anderes. Der P-Switch-Teil kam mir so ein bisschen bekannt vor, aber nee, es war dann doch ein anderes Level. Aber manchmal ähneln die sicher. Okay, meine Eltern haben mir geantwortet. Sie schauen jetzt fern. Morgen wäre auch gut. Ja, das störe ich es ja auch nicht mal im Fernsehen gucken. Das ist, das ist glaube ich sowieso. Das glaube ich auch für meine Eltern gut, weil ansonsten hätten die jetzt den Film nicht gucken können. Und hier eine, danke dir für 10 Billys. Vielen, vielen Dank. Äh, ich will noch einen Stern. Luigi will noch einen. Naja, ich habe es mir schon gedacht, dass meine Eltern auch im Fernsehen gucken wollen. Ja, ich glaube, ich schaffe mir einfach mal morgen und in der Früh. Äh, ja gut, es ist drei Leben, haben wir schon. Mehr als genug. Autsch, ja, moin. Okay. Ja, komm her. Oh mein Gott, das ohne Pilz ist ekelhaft. Oh mein Gott. Ich habe jetzt, ich habe jetzt gecheckt, als ich schon reingesprungen bin. Oh mein Gott. Okay, das war jetzt aber Glück, dass ich das geschafft habe. Aber das ist aber, das ist eine scheiß Stelle hier. Hm. Ja, klein sein ist vielleicht sogar besser. Ja, ich glaube, das ist sogar besser. Oh nein. Ich bin falsch, oder? Ja. Ja, okay. Okay, cool. Ja, passt eigentlich. Ah, RavenEye. Ah, RavenEye. Mario Maker 2. Mario Kart Maker. Okay. Oh no. Hab's mir gedacht. Ich hasse dieses Auto. Okay, aber ich denke, man kann sich Fehler erlauben. Ich hoffe es, weil, komplett fehlerfrei. Wäre Quatsch. Und das hier ist auch Quatsch. Quatsch ist, glaube ich, eines meiner Lieblingswörter mittlerweile. Oh mein Gott. Braucht man das Auto? Oh, ich weiß nicht. Oh, das gefällt mir nicht, das Level. Aber gut, Level mit Autos, gefallen mir sowieso nicht. Oh mein Gott. Vor allem, dieser Troll hier am Ende. Okay. Troll in Anführungsstrichen natürlich. Okay. Ach, komm. Ach, komm. Äh. Okay, komm, gib mir das Ziel. Gib's mir. Was? Was? Okay, ich glaube, ich brauche das Auto. Ansonsten geht's nicht. Und ich darf keinen Fehler machen. Ich probiere es noch einmal, Leute. Weil ich kriege ja die drei Leben zurück. Also eigentlich kann ich hier schon mehrere Versuche reinballern. Oh no. Ja, das müsste noch reichen. Ja, und jetzt Sprungknopf gedrückt halten. Keine Ahnung. Ich denke, hier kann ich fahren. Jawohl. Oh mein Gott. Oh, das Auto ist furchtbar. Aber wie viel schneller man ist, ne? Wenn man im Auto bleibt. Okay. Ja, passt. Sehr gut. Nice, nice, nice. Guter Clear. So soll es sein. Ja. War tatsächlich okay, ne? Für ein Auto-Level war das okay. Muss man schon so sagen. Ja, doch. Für ein Auto-Level war das ganz gut. Okay. Ja. Tschüss. ывать. não.